willkommen zurück zu transport fieber 2 weiter geht's und zwar will ich gerne meine längere strecke bauen jetzt gucken wir erst mal da ob das jetzt funktioniert das funktioniert noch nicht oder haben wir da einen zug da seiner 1 ok 1 hatte drauf was wartet hier kapazität der ist schon voll auch mal neue oder ja warum nicht nur kommen die erste kommen da kommt einer und der die ab ja ok erholt hat oder steigt ja das voll okay die werden die abgeholt haben die gerade aus dem depot aus oder sind die schon stimmt ja mal ja auch vor ganz lange zeit erst neu gebaut die linie dann lassen wir es mal ja obwohl da stehen sie auch schon ja wir gucken mal wir lassen es mal wir schauen jetzt einmal dass ich hier die neue linie machen von wo nach wo wo will ich denn da lang von da nach da noch da vielleicht nach einer längere linie jetzt mit den städten da ist jetzt auch egal ob ich da schon eine verbindung habe oder nicht das heißt mit dem bahnhof hier mit gern als endstation konfigurieren und dahinter kann noch ein kleines jahr so passt das zu ja das passt auf jeden fall da geht es eh nicht mehr da hinten würde es noch gehen aber mache ich jetzt mal nicht jetzt wo will ich hin da vorbei vielleicht da einfach mit ziehen oder mit dem güterzug ja wenn ich da rein kommen in den tunnel darüber und dann unten durch ok könnte ich machen schauen wir mal ob das geht jetzt kleise habe ich da die das gehe mal nicht das gehe mal nicht vielleicht geht es da rückenpfeiler ja nach der nach der straße anders geht es jetzt nicht ok dann da vielleicht da geht es da geht es ab da sind und zweigleisig unterwegs wir fahren bis nach da unten dass wir fahren mal damit so und so was will ich jetzt anlaufen für eine stadt wäre jetzt in der farbe schon dann wäre es jetzt naheliegend gutes lieb lang im werk jelsenkirchen sowas hier mal anbinden ja doch das mache ich mal wenn man dort in die richtung mal wieder fahren ja heißt so und dann das mal mit dem anderen daraus so ja und das nehme ich mit anschließend so und jetzt die kurve ja ja genau nehmig lösch nehmig 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 joa ist du jetzt nicht da rein gehen nicht da rein okay dass ich noch einmal wegnehmen darüber ohne tun jetzt kriegst du nicht mehr um dann noch einmal neu bauen das kommt weg ja genauso und dann das habe ich jetzt gemacht ja das heißt jetzt noch eine kurve nehmen die war so irgendwie er geht jetzt nicht mehr um das macht jetzt ja egal dann haben wir einen kleinen tunnel aber dann wieder runter brauche ich keine brücke okay ich nehme das ganze noch einmal weg das ja auch mit dann noch einmal so krümmung okay so geht es so geht es mit tunnel so geht es ohne dadurch wäre dann die pasta nicht ausschütten ja doch so und dann das muss gehen wenn das nicht geht dann geht es auch nicht aber es muss gehen also außen ist und aus die kurve weiter das geht auf jeden fall ja das ziehe ich auch dann darüber jetzt habe ich es jetzt habe ich es jetzt habe ich es ich habe ich es jetzt habe ich es jetzt habe ich es jetzt habe ich es jetzt bin ich es nicht so und da dann eigentlich mit daran ja jetzt dadurch so halt da dann tue ich ja so wenn ich das richtige gleis habe ich ja habe ich ist sogar das richtige gleis das passt dass wir jetzt mit darüber heißt das kommt einmal da lang dann ist das vier spüren so ja so und das geht einmal bis wohin bis da nach oben ok ein schnellzug mit aber den brenn sich sonst aus wenn man da gemeinsame gleise nutzen also dass ich bin nicht in die eigenen greise hier ja es geht ja auch so dann weiter fahren damit wenn es geht so ein auto safe ok 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 dann weiter geht das ist das kommen wir mal dahin immer schon mit sind das zweite mit ja ok das soll jetzt eine längere linie werden die halt einfach mehrere städte miteinander verbindet jetzt mal als erstes nach gelsenkirchen dann langenberg vielleicht und sowas halt dann auch einmal jetzt gelsenkirchen und langen verbunden haben aber das ist schade trotzdem nicht da noch einmal eine linie zu haben ja jetzt geht es so und so komm her bis da geht es ok so ja dann weiter ziehen nach hinten ja so dann so ja genau weil es kein stück auch noch da ja das ganze geht jetzt dann ab da da schließe ich dann wieder dort an ok dann sich den halt bisschen aus aber ist ok muss er nicht raten mir zu wenn er es kann dann kann er rasen dann kann er sein tempo aufnehmen aber auf der linie muss es nicht machen dass er doch eine längere linie ist wo sind wir angefahren wird jetzt am anfang hier ist ein stück wo wenig angefahren wird aber ok nachher haben wir nie mehr städte miteinander verbunden dann passt das schon wieder so jetzt selber die brücke und dann da rein in den bahnhof und über die brücke nutze ich mit genau dann haben wir dann zu viele einzelne drücken das ist dann eine weitere brücke hier und da jetzt sind wir rüber muss ich dann noch einmal rüber kann ich dann rüber ok das passt da habe ich das auch schon gesehen wo ich da rüber komme das ist ja das hat nicht funktioniert so jetzt hat es funktioniert jetzt hat es funktioniert dann sehen wir da einen schnellzug kann man mit gleisen mitnehmen kann da 300 fahren auf den gleisen das ganze ziehen wir dann das ganze ziehen wir dann das ganze ziehen wir dann nach der wieder ja so ok dann danke fürs zusehen hoffe er hat euch gefallen bis nächstes mal tschüss